Now we can learn the n-word. Ist dein Blut all schwarz? Why is the other side of your hand white? Digga shitten out? I hope you get enslaved again. Wurdest du von der Sonne gegrillt? You're really pretty for a black girl. You cow, shit, monkey, digga, nigger. Diese Sachen wurden zu mir gesagt bzw. zugerufen. Nicht nur mir gilt es so, sondern tausenden anderen, die meine Hautfarbe haben. Mein Name ist Jena Buberi, bin 14 Jahre alt und gehe in die Mittelschule Johann Hoferplatz im 12. Bezirk. Mein Thema ist Rassismus. The Merriam-Webster Dictionary states that the n-word is a racist expression for people of color. It comes from the French word nigeri and the Spanish word negro. These simply mean to describe the color black. But over the time in history, Western society turned it into a very hurtful and discriminating term. It mainly got used in the enslavement of Africa in the USA. Because it was a very brutal and painful time for people of color, the n-word still hurts today. Nach fast 400 Jahren im Dezember 1865 wurde die Sklaverei in den USA beendet. Trotzdem wurden people of color für die nächsten 100 Jahre von der Gesellschaft ungleich behandelt. Weiße Menschen fanden, dass sie viel mächtiger als people of color sind und schlossen sie aus der Gesellschaft aus. People of color died, fought and got abused because of their skin color, just to get treated the same way. And after all the violence and unfair treatment, people around the world still have the audacity to use the n-word. Nowadays, it is very fashionable for white people to tan themselves. Some even practice blackfacing. So, a question. Would you disrespect them the same way? Or sorry, would you call them the n-word too? I don't think so. Do you know how much people of color are suffering because they get accused of crimes they have not committed? They are excluded from school, job opportunities and other places. Simply because of how they look. I remember how I used to come home crying, wishing I was somebody else. That was the worst experience of my whole entire life. Yeah, also in Österreich gibt es Rassismus, vor allem in Schulen. Ich nehme es den Kindern nicht übel, denn ich habe das Gefühl, dass die Eltern nicht darüber sprechen. Auch in der Schule wird selten darüber geredet. Wo sollen die Kinder mit deren Problemen konfrontiert werden? Oder wo sollen sie wissen, dass deren Wörter verletzend sind? Redet darüber. Schweigt nicht. Zum Glück bin ich Teil einer Generation, wo die erwachsenen Menschen, people of color, sich nicht mehr sowas gefallen lassen. Aber was ist mit den Kindern, people of color? Die müssen sich das alles anhören, bis sie ihren eigenen Weg herausgefunden haben. Selbst wenn es schmerzt. Ich möchte nicht weitere 60 Jahre warten, nur um akzeptiert zu werden. Ich möchte nicht weitere 60 Jahre warten, nur um akzeptiert zu werden. Ich werde mich auch nicht beherrscht, wie ich mich selbst beherrscht. Oder sogar um mich zu beherrscht und zu beherrscht und zu beherrscht. Ich bin sick und zu beherrscht von Menschen, die mich zu beherrscht. Ich würde gerne nach Hause gehen, ohne mich zu beherrscht, weil ich mich zu beherrscht. Ich würde gerne nach Hause gehen, ohne mich zu beherrscht. Ist das zu viel zu fragen? Ich hoffe, dass das Frage zu sein. Imagine yourself having to go through that because of how you look. My dream is that everyone that goes home today will think about my words. Liebe Eltern, sprecht mit euren Kindern. Liebe Lehrer, Lehrerinnen, klärt eure Schülerinnen, Schüler auch. Denk darüber nach, ob deine Worte verletzend sind oder rassistisch sind. Sprecht mit den Kindern darüber. Verändern wir uns zusammen. Danke für eure Aufmerksamkeit.